Ich sag mal, die Regierung muss weg. Die Regierung muss weg. Er hat noch viel mehr gesagt. Wolfgang Krupp bei einem Interview mit Gabor Steingart. Der Trigema-Unternehmer wurde interviewt mit seiner Ehefrau und den Kindern Bonita Krupp und Wolfgang Krupp Junior. Ein Unternehmer, der es in diesem Land wahrlich geschafft hat, wahrlich geschafft hat mit eigener Hände Arbeit zum Erfolg, irgendwann zum Unternehmer mit vielen Angestellten und die Angestellten, die hat er wirklich fair behandelt. Im Gegensatz zu vielen anderen ist er nie abgewandert aus diesem Land und er nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Ja, er ist auch schon mit dem Hubschrauber herumgeflogen von seinem Privatsitz, dann zu seinem Frühstück. Dafür wurde er viel kritisiert. Das ist für Unternehmer meistens aber dann der kürzeste und effizienteste Weg ist durch die Luft. Auch Herr Wirt fliegt mit seinen Privatjets von Termin zu Termin bei Taylor Swift. Jetzt letztens gab es wieder von den Klimahysterikern. Sie hat von Australien ihren Privatjet nach Hawaii fliegen lassen, um dort ihren Mann, ihren Freund Travis abzuholen und dann wieder herunter zu fliegen. Sie rechneten dann sogar die 58 Tonnen CO2 aus. Aber wir kommen zurück zur schlechtesten Regierung, die dieses Land je hatte. Und die Regierung, die muss weg. Da hat Wolfgang Grupp wirklich meine vollste Zustimmung und vermutlich von euch allen. Aber er hat noch viel mehr gesagt. Er hat auch quasi über die Cochones von Christian Lindner gesprochen. Ich sage mal, die Regierung muss weg. Ich verstehe den Herrn Dr. Lindner nicht. Wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem er sagt, ich mache nicht mehr mit, dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, ich sage mal, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut es mir leid und dann können wir uns beschweren, wie wir wollen. Dann gibt es die Unruhen und dann gibt es die Protestwerte. Er hat vollkommen recht. Wir haben Sesselkleber. Das ist wirklich genüsslich. Leider gibt es nur den kurzen Ausschnitt aktuell. Vielleicht wird ja noch die ganze Aufnahme von dieser Veranstaltung veröffentlicht. Es gibt auf jeden Fall schon mal einen Podcast, in dem mehr zu hören ist. Aber es ist so genüsslich gewesen. Sie müssen weg, die FDP. Sie muss endlich aufstehen. Aber das werden sie nicht tun. Christian Lindner ist weder auf das Geld angewiesen als Minister, noch auf das Geld angewiesen in seiner Ministerentschädigung. Er hat wirklich großes Privatvermögen, was ihm schon auskömmlich sein müsste. Aber da wir alle immer noch den dritten und vierten Porsche in der Garage haben wollen, hat man dann doch den Hals nie voll genug. Aber ihr kennt das ja vielleicht sicherlich. Bei mir hat meine Bank noch nie angerufen und hat gesagt, dass das Konto voll ist. Eher im Gegenteil, sie haben angerufen, haben gemeint, das ist so leer, ich soll mal wieder was vorbeibringen. Ihr wisst genau, was ich meine. Auf dem Konto ist ewig viel Platz. Und dennoch gibt es dann Leute, die auch den Hals nie voll genug bekommen. Ich bin mal gespannt, was Christian Lindner danach wieder macht. Wieder seine Vortragsabende bei der BB-Bank oder sonst wo. Es ist aktuell wirklich nicht absehbar, dass die FDP wieder irgendwie wiederbelebt werden kann. Wir befinden uns jetzt hier wahrscheinlich kurz vor der Organspende eines Hirntoten. Die Organspende wäre in dem Fall, dass die noch vorhandenen Mandatsträger überlaufen zu Parteien, bei der sie die Wahrscheinlichkeit haben, wieder aufgestellt und wieder reingewählt zu werden. Weil bei der FDP ist das aussichtslos. Das ist dann wirklich die Organspende der FDP-Mandatsträger. Ich bin mal gespannt, ob wir es bald begutachten können oder ob sie eisern festhalten unter Christian Lindner. Und Herr Krupp hat gesagt, es wäre Dr. Lindner. Da hat er leider nicht ganz recht. Aber alleine der Jubel im Saal, wie er angefangen hatte zu sagen, die Regierung muss weg. Und alle sind wirklich ausgebrochen in Jubel. Als wäre es quasi die Verkündung, wie 1989 die Ausreise auf einmal per sofort möglich war. So ähnlich war hier die Stimmung. Aber nein, Herr Krupp kann es leider nicht erledigen für uns. Das müssen sie selbst erledigen im Deutschen Bundestag. Und dazu wird ihnen immer die Koronis fehlen. Und dafür werden sie dann auch abgestraft am Ende bei den Wahlen. Die CDU, die macht das, was sie schon immer gerne mochte. Sie spielt sich an die Macht heran. Und sie wird am Ende auch wieder die Macht bekommen. Und eine Union ist am Ende nur der Abstieg auf Raten. Aber die Frage ist, wie groß sind die Raten? Wie schnell geht der Abstieg voran? Man muss immer noch mal denken, in 16 Jahren CDU unter Merkel hat man im Schnitt dennoch gutes Geld verdient. Und viele haben Zuwächse an Wohlstand erfahren können. Und jetzt in drei Jahren Ampel spüren wir alle, wie wir Wohlstandsverluste hinnehmen müssen. Exorbitante Preissteigerungen, wo sehr wohl die Politik am Ende was dafür kann. Immer dieses Negieren. Sie sind nicht verantwortlich und es ist nur die Geldpolitik, ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Preise steigen, steigen sie exorbitant stärker, wenn die Steuerbasis nicht geändert wird. Das ist ein einfaches Beispiel. Wenn ein Produkt ein paar Cent teurer wird, wird es aber am Ende noch teurer als nur das vom Hersteller, weil ja danach erst der Staat mit seiner Mehrwertsteuer kommt. Und bei der Mehrwertsteuer sind wir wieder bei dem Thema. Ihr erinnert euch an die eine Bundestagswahl. Niemand wollte die Mehrwertsteuer erhöhen. Dann kamen sie und wollten sie zwei Prozentpunkte erhöhen. Herausgekommen ist, nicht erhöhen, zwei Prozentpunkte erhöhen. Wir erhöhen um drei Punkte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war wirklich eine Wählertäuschung, eine Wählerverarschung erster Klasse. Aber Wolfgang Rupp, wir hören uns ihn jetzt nochmal an, weil es so fantastisch war, was er hier gesagt hat. Ich sage mal, die Regierung muss weg. Ich verstehe den Herrn Dr. Lindner nicht. Wenn er nicht den Mut hat, diese Regierung, die keiner will, aufzulösen, indem er sagt, ich mache nicht mehr mit, dann gibt es Neuwahlen und dann kriegt die FDP wieder Stimmen. Wenn wir aber Sesselkleber haben, die im Prinzip nicht den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu schauen, dann tut es mir leid und dann können wir uns beschweren, wie wir wollen. Dann gibt es die Unruhen und dann gibt es die Protestwähler. Das Spannende wird jetzt sein, dieses Jahr noch soll das Urteil zum Solidaritätszuschlag kommen und ja, ich freue mich schon, weil es die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass er verfassungswidrig ist und mein Konto, es freut sich auf die Zurückerstattung dieses Solidaritätszuschlages und meine Firma freut sich, dass sie für die Gewinne dann von diesem Jahr keinen Solidaritätszuschlag am Ende mehr abführen muss. Ob das am Ende der Grund ist, vom Tisch aufzustehen? Sie haben jetzt schon die 10 Intel-Milliarden, die sie irgendwie dann wieder verdiskutieren, obwohl die Haushaltslöcher keine Löcher sind. Das sind Grand Canyon, die da aufgerissen sind, gefühlt. Das ist ja fast wie das Himalaya-Gebirge inzwischen im deutschen Bundeshaushalt. Und dann kommt es jetzt noch dazu, sie müssen dann nicht nur auf den Soli verzichten, der mehrere Milliarden im Jahr ist, nein, sie müssten ihn dann rückwirkend erstatten an alle, die ihn gezahlt haben und das reißt ein Loch auf, wo sie dann am Ende um die Ecke kommen und sagen, oh, dann müssen wir jetzt aber mal die Notsituation erklären. Aufgrund des Gerichtsurteils aus Karlsruhe würden sie dann die Notlage in Deutschland erklären, um Schulden zu machen, um bereits vereinnahmte Steuern zurück zu erstatten. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor und dann kleben sie weiterhin an ihrem Sessel. Christian Lindner hat nicht die Cojones aufzustehen und zu gehen. Schade eigentlich, wirklich schade. Mal sehen, wann er im Kassambalis nicht mehr essen gehen kann, weil auch dieses, sein Stammrestaurant, in dem er den Heiratsantrag an Frau Lefeld gemacht hat, vielleicht aufgrund der Preissteigerung oder der exorbitanten Bürokratie irgendwann den Betrieb einstellt. Vielleicht kann er sich von seinem Vermögen dann den Koch des Kassambalis privat zu Hause anstellen als Haushaltshilfe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, was am Ende hier auch der Plan ist. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie fandest du Wolfgang Grupp? Abonniere diesen Kanal, abonniere auch meinen Zweitkanal, Auswandern mit Kopf und damit sage ich Tschau, bis bald.